Bitte seht mir nach, dass ich keine Ahnung von dem Game habe. Ich spiele jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, Hema, du musst dich halt einfach verstecken. Ich suche euch. Also, ich werde jetzt Hunter machen. Ich werde jetzt Hunter machen, okay? Ich werde jetzt eine Seite auswählen. Keine Sorge, Leute, wir werden mehrere Runden spielen. So, ich bin jetzt Hunter und ihr könnt euch verstecken, okay? Ist das okay? Machen wir das hier und dann machen wir, äh, 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 das hier. So. Ready. Hold F1 for help. Ach, guck mal, hier sind wir drin. Cool, ich liebe diesen Charme einfach von diesem Game, ne? Diese Grafik-Skill. Es ist so toll. Und es kommen immer mehr Leute rein. Jawohl, Baby. Schnell, ihr habt noch 25 Sekunden. Oh Gott, wie viele muss ich denn da finden? Also, es können, glaube ich, maximal 16 Leute rein oder so. Glaub ich. Oder 17. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube 16. Und, ähm, ich muss euch finden. Ja, ich übe natürlich wieder, na klar. Ich übe natürlich, klar. Na klar. Natürlich. Ne, ne, ne. Ich will das mal alleine machen, der Wayne. Aber danke. Wir können das ja nachher ein bisschen splitten. Ich würde das gerne mal alleine machen gerade. Ich will euch einfach suchen. Ich will euch einfach suchen. Alle, viele da drin sind. Screaming Warm Boy. Muss noch eine Seite auswählen. Viel Spaß beim Suchen. Ja, der wird interessant. Aber ich habe ja auch ganze 10 Minuten Zeit, ne. Also, schon, schon ordentlich. Vielleicht finde ich ja sogar alle. Ich gebe mein Bestes. Ich, ich, ich probiere alles. Aber ich finde, oh Gott. Ja, und jetzt dürft ihr euch verstecken, ne. Lass uns alle knuffig sein. Oh Gott, wie ist er da wieder rum? Ich wünschte, ich könnte durch die Tür gucken. Ich sehe irgendwas. Da, da hat was gehuscht. Da ist was gehuscht. Ich habe es genau gesehen. Huch. Ich höre euch. Ich werde euch holen. Ja, das war auch jemand, der sich versteckt hat. Kurzwerk, danke für den Zap. Herzlich willkommen ins Videos, Bruder. So, Leute. Was soll? Was ist hier los? Und zack, da haben wir schon mal den ersten. Wenn haben wir da. Nee. Nee. Ich rieche euch, Freunde. Warum steht hier so fettes Popcorn? Ich rieche euch. What? What? Wie? Wo bist du denn jetzt hin? Hallo? Aha. Aha. Eine Bürste. Nee. Hä? Das kann natürlich auch hier unten drunter oder oben sein, ne? Wo seid ihr, ihr kleinen Schlawinerchen? Warte mal. Nee, das ist normal. Das ist auch alles normal. Ich höre euch doch. Ich höre doch, wie ihr euch bewegt. Ach, guck mal. Dann muss das unten gewesen sein, oder? Dann muss es unten sein. Hallo. Was? Mhm. Mhm. Nee. Mhm. Mhm. Kerze. Irgendwann kriege ich euch. WTF. WTF. Hä? Wo war denn? Wo zum Teufel? Oder eher hier. Ruck, zuck, zuck, büng. Hier wird sich immer bewegt. Ich hör euch doch. Gebt doch nicht. Hier irgendwo muss es sein. Jetzt wollt ihr mich verarschen. Ihr seid Pisser. Also ich meine, ihr seid natürlich voll nett und so, oder? Was hat denn hier? Nee. Hier hat gerade jemand gelacht. Zwei Scheißhäuser. Ich hätte wetten können, dass das nicht richtig ist. Toffelsack? Irgendwo werdet ihr euch... Was war das denn? Das gäbe es doch nicht. Wo seid ihr? Ihr Schlawiner. Ist nur Einbildung. Ja, 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 ja. Nur Einbildung, ja. Einbildung, also. Wir haben nichts. Einbildung, Einbildung, Einbildung. Was gibt es? Oh Gott. Alter, ihr seid so doof. Das gibt es doch nicht, ey. Wo zum Teufel seid ihr, Mann? Einmal noch lachen, dann habe ich dich. Komm. Komm. Trau dich. Hier, wie hier die Geister rumfliegen. Nee. Ernsthaft jetzt? Ah, 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 ah. Du Arschfass, ey. Äh, ah, ah, ah. Nein, nein, ich sehe nichts mehr. Wo ist das hin? Da ist es. Nee, 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 mein Freund. Nee, nee, nee. Was ist das denn hier? Speed Boost. Wow. Was haben wir denn da gesehen? Ich habe dich bewegen gesehen, mein Freund. Bleib her. Bleib hier. Nein. Du bist kein Stuhl. Oh ja, Niki. Oh ja, Baby. Warum fliegen Geister rum? Ich sehe euch. Ich hoffe, ihr könnt nicht, also ihr seht nicht, wer das, wer hier, wo sich versteckt hat. Das wäre sonst ein bisschen blöd. So. Kommt mal her. Ihr kleinen Schlawinerle. Ach, du Scheiße. Seit wann geht es hier raus? Seit wann? Seit wann? Jetzt mal, jetzt mal ohne Mist. Boah, ich hätte schwören können, das ist die Tür. Hä? Hä? Warte mal. Wie geht das denn jetzt? Warum ist hier... Drinnen vielleicht? Das gibt's doch nicht. Hier draußen war noch jemand. Moment. Wo bist du? Jetzt bin ich jetzt komplett hier? Was war das? Hat er ja mal gerade gezaubert? Jetzt da hinten nicht mehr. Mann. Wo könnt ihr sein? Hm, hm, hm. Ich check gar nichts mehr. Oh, lol. Wie hast du das denn gemacht? Wie bist du denn diese Kiste... Oh, ich geh mal wieder rein. Hahaha. 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 Ach, Yves. Ach, Yves. Ach, Yves, ey. Ach, schön. Oh nein, ich kann nur noch eine Minute suchen. Scheiße. Wo seid ihr? Zeigt euch. Ist hier jemand drin? Oh, hier ist jemand drin. Hahaha. Wo seid ihr hin verschwunden? Ach komm, das gibt's doch nicht. Feuerwerk! Juhu! Ey, das ist echt nicht einfach, ne? Hahaha. 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 Na ja. Wir haben immerhin, immerhin haben wir ein Paar gefunden. Also das ist ja wohl... Hahaha. Besser als nix. Besser als nix. Oh. Wir haben ein Paar gefunden, ja? Ein Paar haben wir gefunden. Wen haben wir denn gefunden alles? Die Hexen haben gewonnen, natürlich. Glückwunsch. Ne, also gut gemacht. War einfach... War einfach eine super Leistung, muss man sagen. Das war einfach Hammer, Leute. Wie ihr das gestemmt habt, das muss man einfach... Hui. Das ist natürlich wunderbar geworden. Ich würde gerne nochmal Handlers machen. Nochmal Leine. Ich würde es gerne nochmal machen. Aber kann ich irgendwie die Map ändern? Oder muss ich da jetzt komplett... Komm, einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch. Auf geht's. Auf geht's. Ich bin ready. Äh. Und dann machen wir nochmal ein Loy-Lobby auf, damit vielleicht andere Leute nochmal rein können. Ja? Okay. Machen wir das so? Wunderbar. Jetzt wird es interessant, ey. Das Problem ist, ich kann mich halt leider nicht verstecken, weil... Ne? Ihr wisst schon. Ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Aber egal. Versteckt ihr euch mal, Leute. Versteckt ihr euch mal. Es ist gar kein Problem. Es ist wirklich... Alles in Ordnung. Das ist... Wir kriegen das hin. Das ist... Alles super. Ja? Äh. Äh. Ich sehe euch. Ich... Nicht. Wie sich das die ganze Zeit da bewegt, ne? Ja, ja. In zwölf Sekunden werde ich freigelassen. Freunde. Und dann seid ihr fertig. Dann seid ihr dran. Findet Server. Nicht einfach... Du kannst auch einfach mein Steam-Account nachjoinen. Ähm. War Pirate. Danke für den Start. Herzlich willkommen bei uns. In der Streamersbude. Jetzt... geht's los. Was mir als allererstes auffällt, ist... Die Hexe stand vorher normal. Hat jetzt jemand... Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Geht's noch? Was soll'n der Scheiß? Jutchen. Du musst auch was anklicken. Du musst... Du musst auf so'n Objekt... Schwierig, schwierig, schwierig. Oh Gott, ey. Es nervt. Mann, ich erschrecke mich jedes Mal. Aha. Hoch! Wie seid denn der da rübergekommen, Alter? Das gibt's doch nicht. Hier kann ja wirklich alles... Ihr könnt ja alles hier sein. Nee. Hoch! Da rennt ein Kartoffelsack! Was ist das denn? Hier fliegt ein Baum! Ach, ich glaub, ich spinn der wohl. Toll. To-toll. Ja, ich weiß. Ach komm, hör auf! Bitte. Oh, hallo. Hallo. Ich hab' den Baum gefunden. Hey, was? Da rennt ein Leiter. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel können ihr denn rein? Alter, das ist ja mal voll übertrieben mit den Dingern. Äh. Ja, das war wieder ein Fehl, ne? Das ist wieder falsch. Och, Mann, ooooh. Leute, ihr müsst mir schon ein bisschen helfen, ja? Jetzt rast ich aus. Jetzt mal ohne Witz. Das reicht mir jetzt hier. Alter! Wie könnt ihr mich denn immer treffen? Das gibt's doch nicht. Pizza! Ich will Pizza! Ich will Pizza! Hier haben wir keinen. Danke erstmal für die... Was hab' ich gebraucht mit... Ich glaube, ich spiele hier. Alter! Nur dieses... Dieser Geist ist halt mega nervig, ey. Ich hasse ihn jetzt schon! Aber ist gar kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Das ist doch eh nicht echt. Ja. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Wo ist die Banane hin? Ich hab die Banane genau gesehen. Mano, Banane. Eif. Och, Eif. Keiner hier draußen. Oder? Huch. Was ist denn da los? Da rennt ein Käse! das gibt es doch nicht alter das kann doch nicht sein ja das ist doch eh nicht echt und das ist wohl echt das ist echt bleib stehen weil du dir das ist ein schicksal bitte diese buch was denn da los wollen die scheiße hallo der stuhl der ist echt ich will popcorn auch nö der verliert popcorn du verlierst popcorn mein freund das fällt ein bisschen auf niki es kann vorkommen nicht so frech ja nicht so frech natürlich noch drei minuten zeit also ein paar haben wir schon zweimal muss dabei warum mich ne nehmen wir gern so mit hallo jemand zu hause haben wir hier jemanden zu hause oh nein hilfe hallo ich wollte gerade sagen da hat doch jemand also jemand war da ja nicht mehr ganz feierlich hoch ist das normal ja klar natürlich nicht oh ja baby ach guck mal nee das ist doch eh wieder nicht echt das heißt du bist da oben scheiße wie komme ich da hoch wie seid ihr da hoch gekommen gibt es doch nicht ne lasst doch mal den bär sein bitte man wie die geister hier um mich rumfliegen sucht euch aber auch böse verstecke aus ne dann ist ja nicht mehr normal eigentlich genau auch 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 nochmal auch MACHT Manu! Lass mich auch mal... Schade. Es hat echt so gut angefangen, ne? Och Manu! Ups. Michelle, warum rennst du mir denn so rein? Was machst du, mein Junge? Aua, dieser Bär, ey. Das ist doch scheiße. Der tut weh. Komm, einen krieg ich noch. Einen krieg ich noch. Oh nein. Nein. Ach, Mann. Es war trotzdem lustig. Es hat Spaß gemacht. Es war wirklich... Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist wirklich interessant. Warum kann ich nicht nachschauen, wie viele ich denn gefangen habe? Das ist ja cool. Oder wurde das gerade irgendwie angezeigt. Du warst das Bild? Alter, du warst ein Bild? Ich wusste nicht mal, dass man ein Bild sein kann. Ich wusste nicht mal, wann bin ich dis Relations tre۪? Bis zum nächsten Mal. Eiutaplicitarja! at